Also, die hier sind jetzt neu und die hier sind jetzt neu. Und hier kommen noch überall neue Strecken. Es kommen hier überall noch neue Strecken. Okay, wir fahren zwei Grand Prix einfach. Let's go! Grand Prix Straten! Boom! Ich werde alle platt machen. Boom, 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 boom! Soll es ausgehen. Komm schon. Paris Parcours. Paris ist immer eine Reise wert, oder? Wann seid ihr zuletzt in Paris gewesen? Paris Beste! Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen in der Community. Danke dir. Zwei, eins, Blitzstart! Boom! Blitzstart. Oh, diese Musik ist so schön. Arkte Triumph. Oh, schön. Blitzstart. Und. Mann, jetzt hätte ich sie werfen sollen. Uh, Rückenwind. Mega! Boom! Und. Ah, ich hätte die Abkürzung nicht nehmen sollen. Ah, egal. Nächste Runde nehmen wir sie nicht. Oder? Obwohl, das ist doch eine Abkürzung. Ah. Egal, nächste Runde nehmen wir sie trotzdem nicht. Boom! Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Und. Da ist er wieder. Erste Runde. Oh mein Gott, hier biebt irgendjemand Bananen. Was soll denn das? Behaltet euren Dreck bei euch. Uh, ich bin beide falsch abgebogen. Nein! Oh no! Falsch abgebogen! Oh man, ich krieg hier vorne nur Münzen. Was soll denn das? Ich will keine Münzen! Nein! Und. Boom! Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Ruhe auf den billigen Plätzen da hinten. Ah! Lass mich in Ruhe! Nein! Ich wollte da hinten werfen. Oh no. Mann, ich krieg noch Münzen! Und so Schrottpanzer! Okay. Nein! Lass mich in Ruhe mit den Roten! Ah, jetzt müssen wir da lang. Ich sag doch, irgendwann müssen wir falsch abbiegen. Donkey Kong? Nein! Ich bin nicht mal so schön gefahren! Oh no. Oh, da fährt noch irgendjemand die andere Runde. Assi. Assi! Äh, ah! Nipp! 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 Boom! Jetzt fahren wir nämlich so. Und wo ist der Erste? Let's go! Boom! Oh no. Ich hab zweimal in die Verkehr der Richtung geworfen. Ich glaub's nicht. Ich hab gedacht, man macht nur einmal den gleichen Fehler. Ne, zweimal hintereinander. Läuft bei mir. Okay, den Rest behalte ich mal. Ich hab gedacht, das ist irgendjemand hinter mir. Deshalb war ich mir nicht sicher. So, wo ist die Ausfahrt? Boom! Badenat! Huh! Huh! Wie knapp war das? Wie knapp war das? Erster! Paris Cup. Check! Jetzt hängen wir die Paris Tour. Mua! Mua! Macht sie! Mua! Wie süß! Peach ist immer so cute. Mua! 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 Letzte Runde. Todspiste. Oh, die ist vom 3DS. Goldener Turbo Cup. Die kenne ich noch von 3DS. Das ist auch die einzige Strecke, die ich von dem Cup kenne von früher. Alle anderen kenne ich nicht von früher. Hm. Zweites Rennen. Werden wir auch diesmal Platz 1 machen. Blitzschart. Boom. Blitzschart haben wir schon mal bekommen. Donkey Kong. Oh Mann. Weshalb ist Tod schon wieder so vor mir? Lass mich in Ruhe. Egal, wen es geht. Boom. Oh nee, da kommt Donkey Kong schon wieder. Nee. Wie uncool war das bitte? Direkt vor dem Beschleunigungsstreifen hat er mich abgehauen. Kann doch nicht wahr sein, oder? Boom. Behalt deine Bananen bei dir. Oh oh. Der hat drei Bananen. Oh, ich hab auch Schutz. Ich hab auch Bananenschutz. Sehr gut. Die aber, die behalte ich schön bei mir. Falls irgendjemand irgendwie böse sein möchte. Oha. Irgendjemand wollte böse. Hat Auge gemacht. Oh, überliegen nur noch Bananen. Ich seh nur noch Bananen. Chat, ich seh wirklich nur noch Bananen. Ah. Hä? Warum ist der schneller auf einmal? Oh, ich seh gar nichts mehr. Ich hab nichts gesehen, Chat. Mann, Geisterfahrer. Oh nein. Ich hab nichts gesehen. Ups. Upsi. Nee, werf den nicht ab. Lass mich in Ruhe. Nicht der Rote. Nein. Oh mein Gott. Leute, das ist die letzte Runde. Es kann doch nicht wahr sein. Ich bin Sekter. Hallo? Hallo? Meine Ehre wird mir grad genommen. Was soll das? Nixer. Reicht jetzt. Es reicht, Chat. Jetzt müssen wir aber ein bisschen Vollgas hier geben. Vollgas. 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 Boom. Ah. Nee. Nein. Ich hatte Vollgas. Ich seh wieder nix durch dieses komische Dings da. Oh nein. Chat, wir schaffen das nicht mehr. Kann doch nicht wahr sein. Nee. Das war aber trotzdem knapp gerade am Ende, oder? Mh. Why? Mh. Mann. Mh. Okay, das nervt mich jetzt irgendwie ein bisschen. Minimal. Nervt mich minimal. Minimal nervt mich das. Grrrr. Mann. Guck, aber der Start war gut. Der Start war gut. Und dann. Boom. Reingehauen. Haha. Macht sie. Hahaha. Grrrr. Okay, wir machen einfach mal weiter. Ja, da haben wir gar nichts mehr gesehen. Und dann kamen die schlechten Zeiten für uns an. Mann, ey. Schokosunf. Aus der N64-Zeit. Wer hat damals noch N64 gespielt? Ich persönlich habe nie eine N64 besessen. Ich kannte niemanden, der eine N64 besitzen hat. Besessen hat? Jetzt habe ich das deutsche Sprache, schwere Sprache. Auf jeden Fall, ich habe das nie gespielt. und bekomme gleich einen Splittstart. Mega. Schokosunf. Okay, okay, okay. Ah! Ah! Und. Boah, top. Es fängt schon wieder an. Chat, die ärgern mich schon wieder. Die ärgern mich hier schon wieder. Sie sind ganz gemeins mir. Oh. Okay, das war wirklich schlecht. Hahaha. Oh no, ich wollte einfach nur ein Doppelgeschenk haben. Was haben wir bekommen? Gar nichts. Nada. Oha, hier sind irgendwelche Skelette. Wann mal da rein. Irgendwelche Wann mal da rein. Und. Rote wird reingehauen. Boom. Da kommt sie. Boom. Boom. Oh, wir haben leider den Aufschlag nicht gesehen. Wie unsere Rote reingehauen wurde. Ah! Beinahe die Kurve nicht bekommen. Puh. Driften nicht vergessen. Driften nicht vergessen. Oh, der Hammer. Boom. Hau ab. Huh. Boah, beinahe die Banane gefahren. Beinahe die Kammer bekommen. Huh. Ah. Ich mag die Roten nicht. Oha, übertreib dich. Okay. Hallo. Einmal überholen. Okay. Aber nicht gleich tausendfach überholen. Uah. Uah. Donkey Kong verteilt Bananen ohne Ende hier. Uah. Mama Mia. Uah. Uah. Ne. Bleib doch da hinten auf den Billigen Plätzen, Mann. Macht nicht so Stress hier. Die schieben hier richtig Stress hier vorne, oder? Kann es sein? Warum? Weg da. Erster Platz. Ne, nicht schon wieder dieses. Ne, ich sehe da nichts, Mann. Da fahre ich immer wie ein Geisterfahrer. Irre fahre ich dann. Das sieht ganz irre aus, Chat. Ah. Ah. Huh. Genau, das meine ich. Oh. Jo, Bananen sind ja eigentlich rein theoretisch gut, aber... Oh, okay. Er ist einfach random stehen geblieben. Keine Ahnung, weshalb. Ich will es nicht wissen. Eine für den ersten. Oh mein Gott, das kann... Perfekt. Ha! Weg da! Ne, lass mich schon ruhen. Ne, 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 ne. Ach. Mann. Egal. Mann. Baby Rosalina. Grrr. Da wurde ich direkt schon getroffen. Boom. Okay, das wollen wir nicht wissen. Das war schlecht. Boom, boom, boom. Nächstes Rennen. Die Wii, der Kokospromenade. Oh, doch, die kenne ich doch. Die kenne ich von Mario Double Dash. Mario Double Dash. Habe ich nicht besäußen, aber habe ich bei jemandem immer mitgespielt. Auf der Wii. Zwar nie auf der Wii, aber ich kenne die Strecken. Zumindest die hier. Boom, Blitzstart. Sehr gut. Oh Mann, Tod, lass mich schon ruhen. Okay. Äh, warum bin ich die Einzige, die hier unten fährt? So viel zu... Ich kenne die Strecken gut. Äh, vielleicht so gut auch nicht, ehrlich. Ups. Wow, ich habe ihn abgeworfen mit einer grünen. Mega. Das ist auch so eine Kunst, mit einer grünen jemanden abzuwerfen, oder? Ich finde schon. Das ist eine richtige Kunst. Hallo? Das ist eine Auszeichnung wert, oder? Oh, nein, keine rote. Nee. Ah. Ah. Okay. Und? Ah. 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 A, B, C, D, E, F, G. Boom. Nee, lass mich mit der grünen in Ruhe. Bananen erstmal verteilen. Da, wo... Da, wo... Wo sowas Münzenhaftiges ist. Sieht so aus, ob das eine Münze sein könnte. Boah. Die Grüne hätte mich beinahe getroffen. Boah, ich bin beinahe in die Bananen reingefahren. Nee, 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 nee. Lass mich in Ruhe mit euren komischen Bananen, Mann. Ah. Nee. Doppelgeschenk. Ha. Boom. 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 Ich bin Erster. Muss ich abwarten, bis sie... Oh, nee, schon wieder so komisch Fisch. Äh. Ha. Oh. Hä? Ich war gerade Erster. Wie, 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 wie komme ich denn auf den dritten Platz? Wie kommt das denn her? Wo kommt das denn her? Chat? Ah, ich wollte's Doppelgeschenk. Egal. Besser ein Geschenk als gar kein Geschenk. Nee. Nee. Hau ab da. Nee. Schwier. Zweiter. Aber immerhin. Immerhin besser. Besser. Besser als letzter. Ah. Baby Rosalina. Das ist ein Platz. Oh Mann. Jetzt sind wir wirklich auf dem zweiten Platz. Komplett auf dem zweiten Platz. Oh no. Ich sitze immer noch vor der Platzierung. Ja, vielleicht noch besser so, ey. Vielleicht noch besser so, dass ich vor der Platzierung sitze, dann seht ihr das nicht so. Oh Mann. Okay, jetzt sitze ich aber nicht mehr vor der Platzierung. Ach so, der Cup ist vorbei. Jetzt sitze ich aber vor der nächsten Cup richtig. Sorry. Boom. Silber im Cup. Den Silberen haben wir gewonnen. Immerhin haben wir was gewonnen. Bis zum nächsten Mal.